Hallo liebe Logo-Programmierer! Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man Zeitparameter auch als Bargraf darstellen kann. Dazu habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet. In dem Beispiel steuert der i1 eine Ausschaltverzögerung. Diese ist konfiguriert auf eine Ablaufzeit von 10 Sekunden und in der Simulation kann man das sehr schön erkennen. Ein kurzer Impuls auf den Eingang 1 lässt die Zeit ablaufen und sie wird hier in der Simulation dargestellt. Weiterhin enthält das Beispiel auch einen Möldetext, der ständig aktiv ist und im Möldetext steht etwas Text und wenn wir jetzt versuchen von dem Baustein B2, also der Ausschaltverzögerung, einen Wert als Bargraf darzustellen, so zeigt Logo-Software die Meldung, dass das nicht möglich ist. Wie kann man das trotzdem tun? Dazu gibt es einen kleinen Trick. Ich erweitere das Programm um eine mathematische Funktion, die ich ständig aktiviere. Ich öffne die Parameterblöcke der Ausschaltverzögerung und der mathematischen Funktion und verbinde jetzt den Ausgang dieser Ausschaltverzögerung mit einem Parameter P1 der mathematischen Funktion und sehe hier bei den Eigenschaften den Verweis Parameter V1 zeigt den Ausgang des Bausteins B02, also dieser Ausschaltverzögerung. Wenn wir jetzt die Eigenschaften unseres Möldetext wieder öffnen, kann ich an der Stelle, an der ich es gerne habe, jetzt einen Baugraf einfügen und auf die Funktion B03, also die mathematische Funktion, verweisen. Als Weite geben wir die komplette Breite des Logo Displays an, also 16 Zeichen, bestätigen das mit OK. Wir sehen hier den Baugraf an der Position und können uns das in der Simulation sofort betrachten und sehen also, anstelle des Parameters wird der Ausgang der mathematischen Funktion angezeigt und der Baugraf füllt sich in den kompletten Bereich, so wie ich den festgelegt habe. Jetzt ist es aber oftmals möglich, gerade ablaufende Zeiten genau in der anderen Richtung anzeigen zu lassen. Wie ist das jetzt möglich? Auch das ist mit einem kleinen Trick kein Problem. Ich kopiere mir einfach nur diese mathematische Funktion, verbinde wieder den Ausgang der Ausschaltverzögerung, allerdings jetzt auf den Eingang P2, öffne die Eigenschaften der mathematischen Funktion, gebe als Parameter in V1 den Wert 1000 ein, der in unserem Beispiel genau den 10 Sekunden entspricht und sage oder konfiguriere, ich möchte von den Wert 1000 die ablaufende Zeit abziehen. Im Multitext brauche ich jetzt wieder meinen Baugrafen und ich sage hier, ich möchte den Ausgang der Funktion B4 haben, wieder über die gesamte Breite des Displays und wenn wir jetzt die Simulation wieder starten, sehen wir einmal den Baugrafen, der den Wert steigend und den zweiten Baugrafen, der den Wert abfallend anzeigt. Sie sehen, mit diesem einfachen Trick lassen sich auch Parameter von Zeitgliedern in einer Textmeldung als Baugrafen darstellen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Logo. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.